Chelsea siegt im London-Darby gegen Tottenham. Sturm Graz und der WRC wollen ins ÖFB-Kap-Halbfinale und Bayerl und Mayer greifen nach Medaillen bei der Bob-WM. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE-AT-Sportstudio. Gestern Abend besiegt Chelsea im London-Darby Tottenham. Damit bezwingt der Neo-Coach Thomas Tuchel mit den Blues zum ersten Mal eine Top-Mannschaft aus England. Für den entscheidenden Treffer sorgt Jorginho in der 24. Minute per Elfmeter. Damit geht der Aufwärtstrend unter Thomas Tuchel weiter. Chelsea steht nun bereits auf dem sechsten Platz der Tabelle. Tottenham muss im Gegensatz dazu die nächste Niederlage einstecken. Das Team von Jose Mourinho liegt nun auf dem enttäuschenden achten Platz. Heute um 18 Uhr startet das ÖFB-Kap-Viertelfinale mit dem Spiel zwischen Karpfenberg und dem WRC. Im Abendspiel empfängt Sturm Graz den viertligisten First Vienna. Der älteste Klub Österreichs ist das absolute Überraschungsteam der heurigen Kapsaison. Die Döblinger haben im Achtelfinale den Bundesligisten Alltag ausgeschaltet. Weiter geht es morgen mit dem Topspiel zwischen Red Bull Salzburg und Austria Wien. Beendet wird das Viertelfinale am Sonntag zwischen Lars Glintz und Austria Klagenfurt. Liverpool darf für das Achtelfinalspiel der Champions League gegen RB Leipzig am 16. Februar nicht nach Deutschland einreisen. Der Grund dafür ist die bis zum 17. Februar gültige Einreisesperre für Menschen aus besonders betroffenen Corona-Mutationsgebieten, zu denen Großbritannien zählt. Die Bundespolizei hat auch einen Sonderantrag der Bullen für die Reds abgelehnt. Leipzig muss jetzt so schnell wie möglich eine Alternative für das Spiel vorschlagen. Die Sachsen können ein neutrales Stadion wählen, das die UEFA dann genehmigen müsste. Als Option wurde dabei unter anderem schon Salzburg genannt. RB Leipzig gegen Liverpool würde damit zwei Tage vor dem Europa-League-16. Finale von Red Bull Salzburg gegen Villarreal in der Red Bull Arena über die Bühne gehen. Max Franz hat kurz vor dem Start der WM in Cortina das einzige Training für die Herrenabfahrt in Garmisch-Partenkirchen für sich entschieden. Der Kärntner holt sich gestern 29 Hundertstel vor dem deutschen Josef Verstl den ersten Platz. Den dritten Platz macht der Italiener Dominic Pares. Als zweitbester Österreicher schneidet Matthias Mayer auf Platz 5 ab. Die Speed-Rennen dieses Wochenende in Garmisch-Partenkirchen sind wegen der Wetterlage gedreht worden. Die Highlights der heutigen Abfahrt gibt es wie gewohnt auf krone.at und morgen startet dann um 11.30 Uhr der verschobene Super-G. Wir drücken unseren ÖSV-Herren kurz vor der WM die Daumen. Dieses Wochenende steht die Bob-WM in Altenberg in je vier Läufen im Zweier am Programm. Weltcup-Gesamtsiegerin Katrin Bayerl und Benjamin Mayer hatten bisher eine erfolgreiche Saison und sie greifen nun auch in Altenberg nach den Spitzenplätzen. Bayerl hat gemeinsam mit Jennifer Onasanya in Igles vergangenes Wochenende mit Rang 3 als erste Österreicherin den Gesamtsieg im Weltcup geholt. Altenberg gehört nicht zu ihren Lieblingsbahnen, die Niederösterreicherin ist trotzdem zuversichtlich. Mayer ist, nachdem er im Training Schwierigkeiten hatte, zurückhaltend. Top-Favorit ist der Deutsche Francesco Friedrich auf seiner Heimbahn. Im Zweier will sich der Deutsche sein siebentes WM-Golden-Serie holen. Am kommenden Wochenende geht die Bob-WM dann mit den Vierer- und Skeletenrennen weiter. Das waren die wichtigsten Sportschlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitag und bis nächste Woche im KRONE.at Sportstudio. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitag.